Ah, was für ein wundervoller, sonniger Tag. Und natürlich gibt es an einem so super tollen Tag nichts Besseres, als Zeit mit seinen Freundinnen zu verbringen. Bei McDonalds. Na Mädels, genießt ihr auch euren Big Mac? In meinem Salat sollte eigentlich kein Fleisch sein. Hau ab! Oh, okay. Oh, Herr Polanski, das Hamburger Fleisch ist schon wieder mutiert. Schnauze, mach deine Arbeit! Vereilung Mädels, benutzen wir die abgefahrenen Burger-Zauberstäbe aus unseren Happy Meals. Ab sofort nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Macht der Hamburger! Macht ein! Dafür reicht das Geld nicht! Attacke! Ich bin aber nicht nur stärker, sondern weiß nun auch, wie grausam Kühe abgeschlachtet werden, um uns zu schlafen. Solche Hamburger-Kreaturen wie mich zu schaffen! Oho, wir haben dich also noch stärker gemacht, ja? Dann bist du ja jetzt auch noch leckerer! Hey, was hast du vor? Warum guckst du mich denn so an? Hey, nein! Na, pack mich nicht an! Na, pack mich nicht an! Das macht dann 5,99. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.